ich bin jetzt noch auf den Schaft und scheiße Ende hat den Prozent Blatt jetzt noch mal nahm hier bitte ein Fünder genau man muss man hier noch schafften zu machen Prozent bei einem Jahr der Tag der er hat auf jeden Fall das Ding da das Ding da genau überläuft die Wuppertippung auf hier ist der Heiler dieser Heilstadt hat er voll verraten, dass dann Gegner kommt Hallo Fühlen der ist gut Baha ich hab den Healer getötet ich bin wieder da okay wir sollten ja nicht so oben hier rumspammen das ist ja wie langweilig na Schicki jetzt kommt jetzt gleich alle so Kamerageil ich verpubbel mal eben Schicki so Schicki ist tot es gibt doch endlich zur Not nehm ich einfach auf von daher Wolffo bist du? Lass uns mal zusammen bisschen verrückt ne alleine ist man manchmal am Arsch ey komm da hat die Glocke noch 4 HP oder so ich bin da ja ich bin da dankeschön Doppel Sigma los ich höre das schöne Geräusch eines Ziele okay du bist da dann aufwarten hinten Miep hinter mir ah lecker alle schießen ich stehe da hallo ich stehe da einfach die Wand genagelt durch Schüsse ja aber ich spiel gerade mit Nonsense Andy so bla like Headshot Aktion S4 also nein Andy von der Nonsense WG ich mag den Tisch nicht ist sau lustig nö den mag ich nicht da ist Andy gespielt oh Andy ist cool in der Nonsense WG sind schon zwei Andy's das ist ein geiler Name Andy 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 ist wirklich ein cooler Name aber schau jetzt vergleicht ihr uns beide das alleine schon wegen dem Namen nein Andy vergleicht ich nicht ich muss kurz weg oh meine Bombe oh mein Gott der kommentar ich meine Bombe oh scheiße also ich finde ich mir gar nicht so schlecht ja ich bin schon länger Zeit ich bin bezockt habe ich gehöre mal einen an gerne aber dann habe ich das Problem das ein paar kommen ja Grey weißt du was ich mir gekauft habe nein es äh jetzt war er einfach mal beliebig drauflos wirklich beliebiger PANDORAS TOWER PANDORAS TOWER ne PS2 ich bin in drei Leuten gelandet du merkst du ich habe es mir nicht mit meinem Geld gekauft ich habe es mir mit dem Geld mit meinem Zuhause gekauft weil wie gesagt das Geld das lege ich auf die Seite für die PS2 also dann gibt mich dieser NORAK schon auf spam 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 Grey könnte es vielleicht schon wissen weil ich in den letzten zwei Tagen so mal drüber geredet habe hm du schaust aus dem Let's Play zu diesem Spiel ja Leute wo sind die Gegner? ähm er schaut eins ähm 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 es gibt einige Spiele Andy sag mal es gibt zu viele Optionen ey ich habe es doch erwähnt ach da sind die Gegner und ich mache 10 OP und ich habe gesagt du darfst das Let's Play davon nicht schauen alter Leute inzwischen habt ihr alle mehr als ich äh guck mal meine Kills an KILL 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 ich weiß ich weiß es nicht Andy es fällt mir absolut nicht an Jack 1,3 und 3 HD Connection Aho ach so ja klar ich musste es mir kaufen ich konnte nicht mehr anders er konnte nicht mehr ohne es genau Aua der war noch nicht mal der war noch nicht mal neben mir der war noch nicht mal neben mir du sollst wechseln aber mal reinschießen jetzt will ich ja was treffen okay ich gehe gerade wieder ab meine Punkte äh äh my parents go skyrocket bam ist er aber schon wieder ein Apfel? nein ausnahmsweise bin ich nicht äh die Person die ist das ist Andy geile Position finde ich mal was ist Andy? äh äh ich habe gerade einen Apfel ihr müsst einen anderen Andy nennen und mich enden ja ok dann ist er eben Andy nein der ist einfach ja aber wenn es umgeht ob jemand hier gerade was in der Gruppe ist dann er ist einfach Stich er hat meinen Spezialangriff gekontert verpiss dich alter der mit seiner Heavy gerade ich will keiner wusste ich auch mal abringen beim SV zocken nein ich bin sehr gefühlt er raged ziemlich viel alter CargoFan ist nur einmal gestorben ok wir haben verloren Chiki und ihre richtige Ausrüstung fuck ich bin sehr gefühlt ich bin nicht aggressiv ich bin gefühlt ich habe schon erinnert ihr euch wo äh wo Deutschland gegen Spanien verleuert habe ich angefangen zu heulen äh das interessiert ja pf das ja ja doch äh oh verdammt Andy immer der mit seinem Dagger alter ey wir halten mal einfach mal drauf yeah Sniper mit Zapps und ich habe damit sogar jemanden gekillt äh ja ich hab Andy ich hab Andy ich hab ich bin da ich werde jetzt am Andy ich komm rein in den Raum ein Dagger alter diese und plus sieben Revolver deswegen hat er so viel Schaden gezogen mhm Kreuzfeuer ja das sind wir auch gerade ja auch nur Kreuzfeuer hier am besten ist ja man wird so der Wunder voll genommen dass man einfach an die Wand genagelt wird ja das ist lustig ach komm Andy wieso bist du weggegangen ich wollte dich von hinten wegdashen oh er wollte dich von hinten dashen verdammt hier war eben ein Ei ich wollte das einsammeln das ist so wie ein Hochzeitsantrag nur noch geiler er NSV wegdashen ist ein Hochzeitsantrag äh kommt mit dem Hochzeitsantrag gleich ja richtig wo bist du da bist du wir lassen mal hier runter gehen ja ja ich frage einmal McRae oder ist da jemand ja menschgerichtet schießen 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 drauf halten Segma eignet sich für sowas gut einfach an die Wand nageln mit und die abgefuckt er hat mich wieder gekostet er hat mich wieder gekostet mein Gott ey dieser dieser repeater der regt mich auch auf mir wäre das scheißegal ob ich gewinne oder nicht und schon wieder drei kills mehr ich freue mich ja so dass ich das gerade übrigens alles aufnehmen ne ich kann nix machen was du nimmst das auf ist das hoch vielleicht für die Konfi privat oder so ich nehme das nächste Duell auf auch auf ja da muss man mir sagen dass ich in der Aufnahme bin ich muss das hier rübsch machen ich habe es bis eben auch vergessen dass ihr aufnimmt so hey ich nehme mir auf wie ich gerade skill habe das passiert sonst nicht jetzt muss ich hübsch machen dann noch so make up noch drauf rusch da noch ein bisschen ja ich muss mich hier schön machen hallo da noch rusch noch drauf dann noch ein bisschen Wimperntusche und dann mache ich das dir Olga ähm sag mich so du vergesst dein last grand rule ey ich bin teamführender wut wut ich bin allgemeinführender wut wut es ist so geil last grand rule das ist mal ein standard sagt sie das vor die macht ja drin ey diese schenke wird auch nicht sterben ach hallo meyer ne äh wir sind wir dem gott SV auf meyer sind so gekommen Alter wie ich gerade alle mit Schwimmbad gepownt habe ok ich komme hier rein und fahre nur yes ja ja da hatte jemand eben sein Vergnügen äh warum keine ahnung ach ja ich liebe übrigens meine Fische also unsere nonsens WG hier nicht unseren Andy äh ne wie den Pohn äh Andy nicht Andy weg ja von hinten schon wieder diese schickie alter was hat die gegen mich äh die die killt einfach alles was ihr vor die Linse kommt ja das ist cool ich mag aber diese schickie die sind süß so ja hallo Andy ja Andy und hast du hübsch gemacht? hallo nein eigentlich habe ich mir jetzt gerade meine Erdbeeren mit Schlagsahne geholt scheiße oh geil wir haben auch noch ein paar Erdbeeren da hast du dir Sift gemacht? nein ich habe mir Erdbeeren mit Schlagsahne geholt scheiße besser viel besser kommt zu einer scheiß Wichser Grey mhm fuck ey fuck ich habe ihn übrigens Englisch zurückbekommen und ich muss zuerst eine Vorgeschichte erzählen also aha nicht bestanden bitte keine Geschichten er hat zwei Zettel er hat zwei Zettel vertauscht informierte von den dümmsten Schülern der ganzen Klasse er hat auf seinem Zettel er hat also eben hinten da waren so zwei Geschichten und das hat er Punkte eingetragen auf dem Zettel die er vertauscht hat dann hat er seine Geschichten also vom Zettel komm noch ein Punkt fehlt meine genommen und hat dann bei mir die Punkte eingetragen zwei Punkte und elf Punkte von 20 und ich habe zwölf und elf und das hat er einfach ja nicht genügen und dann hat er gesagt ja ein Wert habe ich vertauscht nur einen Wert hat er bei mir korrigiert das heißt zwei Punkte um vier Punkte habe ich ich bin um einen einzigen insgesamt Punkt erster Woodward richtig wurde verarscht und deswegen habe ich jetzt ein nicht genügen ähm hast du ihm das gesagt und er hat gesagt scheiß drauf ja er hat gesagt nur ein Wert stimmt nicht weil er weiß er hat es nur bei einem Wert vertauscht aber meine Geschichten sind gar nicht schlecht das hat er selbst gesagt ja und würden die Punkte reichen dann damit du keine fünf hast natürlich mehr als ich würde sogar fast eine einen befriedigen bekommen mit Antworten fasst er drei mhm ähm dann dann muss er dir doch die Punkte geben ich meine er kann er er hat gesagt er hat gesagt er hat es nur von einem Beispiel vertauscht und nicht vom zweiten ähm dann soll er einfach sagen guck mal das ist meine Handschrift und so dann kannst du kannst ihn deswegen anklagen und so weiter das waren so separate Sets wo wir die Geschichten geschrieben haben aber die Punkte wurden auf dem anderen Settel den er vertauscht hat äh drauf geschrieben mhm ach komm wir sind schon wieder in deinem Team ja ja auf dem Zettel stand eine Angabe oder wie wir was für ein Text mir schreiben sollen und dann haben wir einen Zettel bekommen mit einem linierten Zettel wo wir die Geschichte draufschreiben mussten also ich werde es noch starten genau Dankeschön so weit verstehst du hoffentlich zwei Zetteln ne auf einem schreibt man die Geschichte drauf und auf dem Zettel wo die Angabe steht trägt er die Punkte ein wie viel man bekommen hat und diesen Zettel ja ja ich hab's schon gemerkt ähm dann kannst du ihn deswegen anklagen ja wenn du deswegen sitzen bleibst dann bleibst du sicher weil er sich weigert dir deine Punkte zu geben mit anderen Worten leck mich übrigens das wird alles aufgenommen Wut Wut es geht gleich weiter du solltest ready machen nur mal so als Tipp alter wirklich jetzt wieso bin ich jetzt plötzlich in dem anderen Team bin ich in deinem weil er teamisch gemacht hat ja aber trotzdem ich komm recht unwahr wieso hast du so wenig Geld Mann Lynn soll ankommen ey Leute das ist ehrlich gesagt nicht fair ähm ja jetzt ist jetzt fair ja wir haben Andy mit Andi mit Andi ja jetzt sind alle toll jetzt sind alle ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß also ich nehme es dann auch auf ähm ich habe jetzt die gehört ja von mir ich kann dir genau sagen wo den gerade kamen denn sind alle hier ich setze ein Arzt wirklich jetzt zwei gegen vier Arzt Arzt Frau in Arzt nein Frau in Arzt doch dann normale eine 5 gegen 4 sie ist Blutabnehmen gegangen ich setze ich bin zu viel beim Herrn und Dr doch und ansonst ja sie nimmt selber Blut abweist und sie okay sie piekst sich so in die Ader und sie hält bitte los Finger das würde ich auch tun nein das machst du nicht doch ganz dumme Idee Maja ganz dumme Idee so Andy es kommt mal so ein schöner Trimbley Kampf los komm ah fick dich nur weil der andere kommt das hätte ich nicht fertig gemacht ja 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 Top Topel ähm Andi hat seinen Spaß ich selbst ähm wir sitzen schon mit drei leuten ja ich kann es ja 3 3 3 3 3 Leute machen nicht mit weil sonst zu unfair wir machen ich setze ja Fabian wir sind drei drei Leute zu viel mit der Worten setzen 3 ja du kannst mitmachen ich setze da schließen kein Deutsch 3 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 und mein Wort 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 er erklärt nicht blau nicht einfach den Fernseher neben mein Anderen richtig so äh wir können auch gar nicht Pepe Maria aufnehmen im Endeffekt mein Bruder sitzt einfach mal ja mein Bruder sitzt jetzt einfach hier und guckt Fernsehen und ich esse Mittag äh Abendbrot Mittag, ja genau würde ich esse Abendbrot, was seht ihr schon wieder? Pratik Arzt eigentlich wollte ich New Year Ding Ray äh esse Abendbrot ja ich glaub ich geh halt auch mal zu musst du trotzdem nicht so glaubt reden stell ich mir lustig vor Andy komm her ich kill dich auf Andee Andee Andy fickt dich Andy fickt dich er ist so wo soll ich denn Andy ficken aber ich weiß, fick dich, ich ficke dich, nur so zu ihm, oh hey wie alt ist es Andy? wie alt ist Andy? äh wie alt ist Andy weiß es nicht? keine Ahnung ich glaub aber wir haben ja schon erwachsen, oder? erwachsen müsste auch nicht schon sein kommt hin Nein! da war noch Kangefahren dahinter den aber ich glaub er ja nicht und fickt euch Mädels äh nicht da auch heiß geh in der Konferenz? ne das wirst du selbstgespräch, Maja wie man will jetzt wissen eins gegen eins gegen Andy haben dich auch in die Konferenz reingezogen? ähm wen? wer war's? ähm was was? äh nö ok dann ist gut das ist okay du redest du nein ich werde ihn nicht annehmen ja hast du ein glück, dass mich immer von hinten gestunt hat sonst hättest du ne volle Segment ins Gesicht bekommen sie ist Ruth abnehmen nein nicht Lynn, aber du redest mit Leuten ja er kann reden, äh sie kann reden natürlich eher Maja hallo du bist männlich äh ja hi es ist ein Jörg und dann fängt sie an noch höher zu sprechen weil sie jetzt männlich ist warte kurz hi ich bin Olga ich bin Adolf Hitler boah blaaa mein Kommentar suckt gar beziehungsweise ich komm gar nicht zum reden wow ich seh 5 Leute das ist doch scheißegal wir müssen ja auch nicht reden wir müssen nur Andy kloppen Andy und hier gehts ab wie Luzi Baby und dann nur und nicht nur weil ich Luzi kann komm kommt hier runter komm mir will niemand folgen ich hatte ne volle Sigma Außerländer Aller 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 Außerländer so Sigma beste Waffe überhaupt ne ich finde Schwimmländer ist auch nicht schlecht ja aber voll Sigma vernünftig einzusetzen ist schwieriger als Twin Blades außer den Nerven Twin Blades oooh was übrigens auch nervt ist der Handschuh kann das so ab oder ähm alter Mr. Burns der gar da auf Sturm gegrillt wird ich habe eine Verkaufsidee ein privater Andy Kapiting Hitten oder Anime Hitten oder Anime Hitten oder Anime Hitten oder Anime Kopf ne ich liebe ja den Helmspalter aus tschüss äh den Helmspalter aus Twilight Princess es könnte ein Grund dafür sein wieso mir Sigma so sehr gefällt abgesehen davon dass es mich voller Monz hat der Monz hat der Papi keine Lust also Grey Mannschaft kriegst du so schneller kommt man fast überhaupt nicht mehr mit weil die Fünfer verspricht abgesehen 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 Kargo fangen ich will immer Autifant irgendwie sagen keine Ahnung wieso ja ich find's wenn ich irgendwo verbringst dann nicht na mach mal bitte ey keine Bruder kann eigentlich mitspielen ja er kann mitmachen macht aber nicht weil er keinen Bock hat aktuell mein Media Player fixt mich ich soll aus dem Raum ausgehen ja er blockiert den Raum ja Trim Bade genau da stand ich hasse es wenn mir meine eigene Leute im Weg steht es ist toll dass man Unterstützung hat ich hab dich getötet aber wenn die einem Dash ja ich weiß deswegen aber wenn die einem Dash stören obwohl ich hätte auch nicht dich gedasht sondern dein Teamkammer hat ja vollstand hast du dich getötet aber wenigstens hätte ich jemanden noch getötet bevor ich wegge- basht werde gebasht das ist alles voll weggebasht fick dich Grey lass Grey in Ruhe weh das ist weggeklatscht und nochmal ähm was ist mit mir ich hab meinen Namen gehört Miri wieder die ganze Zeit nur gegen Handy kämpfen will hat keiner über meinen Namen gesagt oder nicht ok kann weitergehen blub du hast selber Max Spruch geklaut blub kommt ganz bestimmt nicht von ihm nein blub kommt von ihm aber das ist mir vollkommen egal blub kommt aus jetzt äh ab jetzt aus Österreich ja ich hab's offiziell eine Aufnahme ich weiß nicht ob es schon vorher dokumentiert wurde von daher herrlichen Glückwunsch du hast ein Patent jetzt musst du 5000 Euro bezahlen damit du spielst ja ich sollte mal was trinken hat es gut getan ich hab heute Fabi vom Schlafen abgehalten ich hab äh gemerkt du hast äh du hast dich selbst von Lateinamerikaner oh Jürgen die verliert Alter das war total langweilig Jörgen kipp da Andy Mobbing Andy Mobbing Andy Mobbing Nein Andy warum mich? dass der auch nicht sterben wollte der Welfie weißt du ich hab ja Lateinachhilfe ich wundere mich schon wieso sehe ich nirgends wo Andy zum kloppen der ist in meinem Team ja du hast Lateinamerikaner hier ich werde nein ich hab's schon gehört aber ich hab ja warum ich halt den Latein nicht aufgepackt habe das Nerv macht verdammt noch mal Simpsons leiser aber ich bin auch konzentriert auch ja ich bin ich bin man merkt schon wieder mein Bruder keine Ahnung von Gesetzen im Internet dein Bruder merkt nicht was Spaß bedeutet dein Bruder das ist nur in der Aufnahme ja das macht Spaß nur dass er dich nicht hört das ist ja scheißegal kann ich mir ausrichten dann eben Bruder dissen ohne dass er weiß dass wir ihn dissen noch besser er ist kalt mir ist arschkalt Alter wie alle einfach Apple haten nur weil sie sich kein iPhone leisten können ich mag Apple nicht aber ich hätte es nicht nein die haten es alle uuuh Apple ist fail nur weil Apple einfach das Beste hat es verkauft zu teuer aber es ist einfach das Beste das ist mir scheißegal was man sagt Android ist einfach nur ne billig scheiße aus China meine Android Handys habe 5 Monate gehalten und mein Apple hat alles nein ich hasse wenn die Leute Apple haten das ganz au das wollte ich grad tun tja Schick ich kann nicht zuvor ja jetzt hören wir auf sie jetzt spielt sie mit ich bin sehr beliebt na hättet ihr nicht jemand gar von vorher schlagen könnt bevor er mich wegmäscht mit dem kräftigen ich habe mir größte gerade steigern lass es ja einfach mal rein alter Cargo von 64 natürlich 3 auf einmal 3 auf einmal das ist auch hey fickt er dich hart oder sanft safari mein safari genau nimmt die komplette CPU aus das glaubt immer selbst nicht Niemand besteht gegen meine Sigma aller gegen mich doch schiege getötet alle wollen gegen mich ich bin so die Stichiegecki? was? blub 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 blâm sanft blub bbl bla 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 guit Wenn du immer von jemandem die Grammatik korrigierst, dann weißt du, du hast keine Freunde. Nein, dann ist einfach nur langweilig. Ey! Hört auf mich zu haten! Oh fuck, wohl, Mann, sing mal. Lass mich mitmachen, dein Gewicht. Das ist nicht fair! Nein, komm. Aua, hallo. Ja, klar doch. Ja, ich muss dir ja nachsetzen. Schauen wir uns mal dein Glückwert an. Doch! Nein. Nein. Nein! Wieso sollten wir? Mich interessiert Titanic gar nicht mal. Das ist ein Schiff. So, ich bin da. Ja, und lässt den Fernseher laufen. Ah! Sein Idiot. Ja, natürlich. Also, wenn man in vier, fünf Leute reinläuft, dann ist das Gangrape. Ja. Ich bin ja nur durch die Luft geschleudert. Ey, ich hätte fast das Community Battle verpennt. Ähm, ich hätte fast, wäre einfach fast in einem anderen Match gewesen, während das gestartet hätte. Also, oh, scheiße, ich sollte kein anderes Match starten. Nein, ich bin sowieso rausgegangen, weil Hacker drin war. Wer von euch hat das Pony-Video gesehen? Ich bin drin, erst mal acht Kills. Du bist drin und spamst. Erst mal, du! Puh! Äh, ich bin eben in fünf oder sechs Leute reingesprungen. Das war eine schlechte Idee. Darf ich dir mal was sagen? Das interessiert dir keinen, ob du gleich acht Kills machst. Aber ich weiß, dass Grey nur gegen mich geht. Dieser scheiß Idiot. Verrägt Grey! Du hast sowieso vor mir geschlagen, auch wenn das eine assig große Reichweite hat. Gott, mach' auch Kills, machen die Wissen. Ja, und 12 Jahre alt. Wenn Leute, Leute korrigieren, aber sie falsch korrigieren. Dann ist es weg. Und jetzt bewegst du sofort den Arsch hier runter Fabian und aufgenommen, Evel Schickner. Du wirst jetzt die Tür zu machen, die du spärende Arbeit offen gelassen hast. Ja, ja, ich wollte wie so noch was zu essen und ich wollte eben nur noch ein bisschen. Das wird alles aufgenommen als Info. Wird alles aufgenommen als Info. Ja, und da ist auch ein Rumpelschuh. Die sind scheiße aus. Die hier sind gut aus. Wo ist man da? Und er warf mich mit Taschentüchern ab, was ziemlich peinlich ist, wenn ihr mich fragt. Nö. Doch. Ich fragte aber niemand, Julian. Ich habe extra gerade das Team gewechselt und wurde wieder hier reingeschottelt. Ich wollte im Prinzip einfach nur Teamausgleich machen. Hände, die hat wirklich was gegen mich. Haha, jetzt kann ich gegen dich kämpfen. Komm her zu mir. Will, her, komm. Ja. Ich bin ja schon da. Jetzt kann ich Andy kloppen. Naja, jetzt kann ich Andy kloppen. Alter, wie krank. Final Fantasy 13 2 bekommt jetzt... Alter, Team Shuffle abgeschlossen. Da will es jemand nicht kapieren. Der Mogli verdammte Scheiße. Das ist eine Frage. Frage.